Meine Herren, was Sie hier sehen, ist unsere Situation. Wir befinden uns hier auf dieser Seite, Norden, Osten, und dort drüben, bei Düppel, befindet sich der Feind. Diese sind eine der heftigsten Schlachten unserer Geschichte. Durch einen andauernden Beschuss unserer Kanonen werden wir die Dänen erschöpfen. Und damit meine ich nicht nur ihre Schanzen und Befestigungsanlagen. Wir werden die Nerven des dänischen Soldaten auseinanderreißen. Währenddessen werden sich unsere Truppen unter die dänischen Stellung graben. In wenigen Wochen werden diese Laufgräben von 30.000 Soldaten bevölkert sein, die bereit sind anzugreifen. Göben? Haubitzen! 12 und 24 Pfunder geriffelte Feldkanonen mit Hinterlader. Sie haben eine Reichweite von 5 Kilometern mit unerhörter Präzision. Halten Sie sich die Ohren zu, meine Herren. Der Krach an sich ist tödlich. Es ist jetzt 16.15 Uhr und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Meine Herren! I'll bitzen! I'll bitzen! Ich bin ich schon, meine Herren! Nein! Ich bin das! Ja! Ich bin die Ohren. Der Krach